Hallo und herzlich willkommen zu IntoTheBridge. In diesem Video werde ich die drei Squat Achievements der Riftwalkers zeigen und wie man sie bekommen kann. Sollte euch das Video gefallen, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert gar den ganzen Channel für weitere Achievement Guides. Das erste Achievement, Island Secure, ist automatisch zu erreichen, wenn man die erste Corporate Island mit den Riftwalkers schafft. Das heißt, jeder der das Spiel auch nur ansatzweise anspielt, bekommt dieses Achievement, ist ein Anfänger Achievement, nicht schwierig zu bekommen. Das zweite Achievement, Raming Speed, ist ein bisschen schwieriger. Kann man nur über den Combat Mag schaffen und nur, wenn man die Eigenschaft Dash auf seiner Titan Fist freigeschalten hat. Dann kann der Combat Mag anstürmen auf den Gegner und wenn er das über fünf Felder macht und dabei den Gegner hier die Alpha Firefly tötet, dann bekommt man dieses Achievement. Das dritte Achievement ist sicherlich das schwierigste. Es nennt sich Watery Grave und man muss in einem Kampf drei Gegner in Wasser entsorgen. Hier sieht man es, ich habe das tatsächlich erst auf der finalen Insel geschafft. Hier entsorge ich gerade die zweite Firefly im Wasser und kurz danach ist es mir dann möglich, in der nächsten Runde den Blobber in Lava zu ertränken. Das reicht also offensichtlich auch für Watery Grave. Ich gehe mal davon aus, dass auch Acid funktioniert. Genau, in einem Kampf müssen drei Gegner in Wasser geschoben werden. Gut, das war es auch schon mit diesem Achievement. Bald geht es weiter mit den Rusting Hulks. See you!